Michael, was gefällt dir am besten im Oberforsthof? Also, es ist ein echt cooles Hotel. Es schaut modern aus von innen. Es ist echt cool hergerichtet. Es ist einfach perfekt. Und ich finde es auch cool, dass sie einen Tiergarten drin haben. Zum Beispiel die Hennen, Hasen, darf man alle streicheln. Sie haben auch Bonnies hier, drei. In Huru, die lila. Und es ist Bonnie die Inge. Sie haben auch viele neue Sachen dazu gekriegt. Zum Beispiel letztes Jahr waren zum Beispiel Go-Cuts noch nicht da. Es kommt immer mehr dazu. Es sind auch Fußballtore hier. Und ein cooles Trampolin. Das, was echt gut fehlert, finde ich. Und der kleine Spielplatz, die Rutsche. Alles ganz cool. Und die coolen Kinderbetreuer. Die sind echt Hammer. Also mit ihnen ist voll cool. Basteln, Videos schauen. Wie ich spiele. Und Fernseh schauen, Kassetten. Also man macht wirklich viel. Oder du weißt, am Abend mit Musik. Oder singen. Oder Feuerabend. Das ist alles ganz cool. Und es gibt auch im Garten viele Sitzplätze, die eine gute Entspannung bieten. Und ein Schwimmteich, ein Schwimmbad in einem coolen Wellnessbereich für Kinder und Erwachsene. Also das ist halt gefremd. Und es gibt auch etwas, was ich voll cool finde. Wie sie die Zimmer hergestellt haben. Weil es haben fast in jedem Zimmer immer vier Personen Platz. Und es ist einfach live. Fertig. Und das war's. Und ich Farbe. Das ist ein Schwimmchener. Und das war's. Und das war's. Was war's.